Dieser Junge beleidigt mich. Ist diese komische Pinselfrisur. Ist das für die Undercut? Wer hat dich geprankt? Macht man das freiwillig oder ist das eine Folter in China? Im Namen der Pinselgang jetzt drei Gründe, wieso sich jeder Pinselhaare machen sollte. Du brauchst für den Kunstunterricht keinen Pinsel mehr zu kaufen, um Bilder zu malen. Außerdem bist du automatisch einen Kopf größer. Besonders praktisch für kleine Leute, wie zum Beispiel Lilou. Außerdem ist es Zeitsparen. Machst du dir die Hand? So und fertig. Deshalb wünsche ich mir, dass sich jeder da draußen eine Pinselfrisur macht. Ob Männlein oder Weiblein, teilt es mit der ganzen Klassengruppe und jeden, den ihr kennt. Für die Pinselgang.